Einmal ist der nur ein bisschen nörrig. Muss ich ihn nur loben. Ich weiß, kommt ein Hardlauf. Aber über wen hat er den Verletzten so oft gemacht? Er ist einfach ein älterer. Er ist immer alles alleine wach. Nein, ich hoffe, dass er noch verletzt wird. Dann muss der schon noch nicht mehr haben. Das war ein Kaffton! Ich glaube, das soll hier noch etwas werden.